so möchte eigentlich jetzt alles passen mal hoffen wir dass das hier passt der runde zu mal sehen wie lange das dauert hoffentlich allzu lange ich habe deutschland gewählt worden hier die hans ich finde und zusätzliche melderungs platz kommen auch nicht hier so dass hier nennen wir aber mal was anderes weil ich habe keinen bock auf achten nennen wir das mal münchen münchen erst mal forschen hatte haben wir stein näher haben wir nicht deswegen müssen wir was andere hier machen wir zuerst zuerst das hier bergbau würde ich gern machen aber ich weiß nicht ob ich überhaupt was hat sieht aber echt hier das hier wird bergbeuer gut an das bergbau machen und wir machen das schleuderschützen haben wir hier drei die wir diensten können dann können wir wollen dass das war dafür hier baut drei minen das hier scheiße da ist ein vulkan der doch da hätte ich ein bisschen weiter weg gehen soll ja ich muss irgendwie ein weg herausfinden wie ich die scheiße deaktivieren kann als nervt frage ist wo das meer ist weil das ist map kontinente hier da nach oben muss ich hin oder es ist man sie russland oder kupfer scheint nun sie zu sein ich war ein handwerker das hier machen wir tierhaltung heißen dass jetzt auch dort das will ich brauchen ich auch brauchen scheiße kann man hat das wird danach reicht das hier macht der antrag gar nicht mehr so viel sind aber scheiße wo da ok 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 ich komme auch noch trotzdem noch ein kampfverfahren habe wir geben ich habe das hier das d d auch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir machen jetzt trade, weil wir haben gleich zwei Leute, mit denen wir traden können und wir können hier... Ich gehe gerne hier, plus 1 Produktion, vermutlich nie. Ja, das hier. Politik ändern. Wir haben nur das. Wir machen die Produktion rein. Wir haben nämlich keinen Stein, also können wir auch... Nicht Stonehenge gründen, aber da könnten wir... Ja, macht's Sinn, dahinter zu gehen. Scheiße, die haben ja mehr gemacht. Mal auf, dass wir den Kill bekommen. Oh, nee, tun wir nicht, die Verdecken. Oder? Nee, das bekommen wir... Uiuiuiuiui, ich sehe es jetzt schon. Komm, komm, mach mal das kaputt. Und... Schön. Und ich weiß, es ist ein Nachteil, aber wir gehen auf die jetzt los. Und die haben auch noch... Das heißt, da gehen wir jetzt nochmal drauf. Das ist schlecht, 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 schlecht. Die kriegen den Kill nämlich... Egal. Wir machen fürs Erste das Monument. Und fürs Erste ballern wir dann eine Mine hin, bis ich weiß, was ich sonst damit anstehen kann. Ja, die kriegen den Kill dafür. Scheiße. Ich dachte... Wir gehen da oben und gönnen uns das Dorf, so jetzt hat. Die jetzt sagt... Wieso geht der da über die Dinger? Verstehe ich nicht. Da ist also das Meer, also muss ich da hin. Für das Erste klatschen wir da Farmen hin, weil wir die Nahrung brauchen für die extra Population. Weil wir da noch eine Bevölkerung haben wollen. Weil wenn ihr jetzt... Warte. Okay, nice. Weil wenn wir jetzt ein Siedler rausklatschen, dann ist die wieder nur bei eins und das... Das kann ich gar nicht. Warte. Ah! Göttlich gut aufgeteilt. Nee, ich lasse die hier, dass wir die hier Tierzucht dingsen können. Ansonsten lohnt sich das überhaupt nicht. Alter, dauert die Scheiße lang. Ja, ich brauche mehr Kultur. Ich sehe in vier Runden vorbei. Du schläfst. Du geh hier rüber, du geh da nach oben. Küste, okay. Das heißt, der war schon an der Küste. Laufen, dass von unten keiner bewahren kann. Oh, nein. Was passiert? Ey, das wird echt mies. Mit dem Scheiß Ding. Ich merke schon, ich habe einen richtig harten Fehler gemacht. Die werden wahrscheinlich eingenommen von uns, aber... Ja, mal sehen. Mal sehen. Ich habe mal die Game Audio hochgetan, weil... Ich habe sie wahrscheinlich eh scheiße. Ich habe die Option Audio. Ja. Absolut gedreht. Jetzt hat... Kornspeicher. Mehr Nahrung, mehr Leute. Das ist wichtiger. Danach war ich ein Siedler, der dann hier nach unten geht. Ich habe Bärenstelle und so. Und habe hier an der Küste. Musste noch... Nach unten gehen und schon... Was da ist. Na zwei Runden, baller ich hier den Bauernhof hin. Unser Volk weiß. Dich mag Schweine. Schön, dass du Schweine magst. Okay, wir gehen jetzt auf Ding ins Aufteil und dann nach auf Segeln, weil wir da hinten... die Fische einzickern können. Ich sollte nicht hier ist unten noch was. Oh, nee, Mann. Ich habe extra diese Katastrophen... äh... Dings... Intensität. Wie oft Katastrophen passieren. Extra um einen Punkt runtergeschraubt. Quasi um die Hilfte. Aber jetzt passiert schon wieder Scheiße. Direkt an meine Hauptstadt, ey. Das läuft überhaupt nicht. Ei. Unser Benach... Ja, hier sind Krabben, da... kommt mein nächster Ding ins hin. Wir haben die gelegt... Mit dem Wissen... Das ist wohl der positive... Ah, jetzt können wir handeln. Das ist sehr, sehr gut. Harald Silsasson Standort... Ja, das hier, der ist näher. Dieser Handel... Okay, das wäre wichtig. Das hier noch. Das sind 18... Ja, komm, mach mal das. Schade, dass es nicht mehr Boban gibt. Komm. Sehr viel flach, dann merke ich. Flüsse gefallen mir überhaupt nicht. Ich würde gerne ein Bad machen, dann ist das hier halt nicht mehr. Ist keine Gefahr mehr. Aber zuerst ist das hier. Ich würde auch nehm' ich ne Stadt am Meer. Unbedingt. Bergbau, ne? Fällt mir grad ein, wie viel kostet denn der Spaß? Handwerker. Hätten wir auch nen Siedler kaufen können, aber was soll's. Oh, ich bekomm' Pferde. Wir haben vor kurzem fortgeschrieben. Schreiben ist klar. Okay. Das... Ist geil. Ich hab' doch mehr Wissenschaft dafür. Ah ja, das... Das krieg' ich ja gleich den Boost. Großes Bad wurde schon gebaut? Ach, du heilige Scheiße. Ja, gut, dass ich erst gar nicht damit angefangen hab'. Das trifft echt hart. Ich kann nicht mit weh als die nicht rechts zu längst, sondern mit dem Pfeiltasten. Nein, das ist echt. Gucken wir mal. Minen, ne? Baut drei Minen. Geschicklichkeit. Oh. Jetzt hat's das hier. Das hier. Das hier. Das hier und das hier. Sehr wichtig. Stonehenge. Er hatte gar die Function mit den Wundern an. Leute. Oh. Schon wieder. Ah, weil ich da oben bereits der Mini gebaut hab' macht's dann hier. Ja. Bob on. Endlich. Da. What the fuck? Ja, das ist nicht gut. Alter. Ah. Ne, das überlebe ich wohl kaum. Ah, der ist am Arsch. Ich geh da oben und baue da noch nen Hof hin. Nächste schon, glaub ich, nämlich Ding hat's. Ein Siedler an, huh? Oh, hier. Weil ich will das Luxus gut und das hier haben. Und das da. Diese Militär. Campus. Alter, jetzt mich verarschen. Komm, muss ich eingehen, das Risiko. Es gibt im Grunde keine sichere Wirklichkeit dafür. Ach, du heilige. Hinter dem Fluss hab' ich bessere Chancen. Nee, ich geh mit denen mit. Weil ich anscheinend da mache. Da hab' ich das ja auch noch. Hm. Fuck. Fuck. Nee, man. Ich bin so low, dass es loht sich überhaupt nicht. nicht nur es ist nicht so so werdung dahinter ausbildung und zwar instant das werk und speichern wichtiger 13 runden dicker was lieber das hier für mich war mein campus hat da wurde schon ausgebrochen ist richtig scheiße ich bin nicht blöd oder so wirst du das hier aber beim besiegen hier sieg den kampf mit schleuner schätzen das will ich machen deswegen habe ich hier den auch gemacht ist der einzige grund ok nein ich speichere hier jetzt erstmal wir nennen das warum speichern wir mal und ich wäre jetzt was austesten das problem ist ich brauche mit dem bar mit mein tiger nicht angreifen soll ich will das weil der ist nämlich echt low ersten anzeichen dass mein schleuderschütze den weg macht zu dem problem ist mein schleuderschütze ist echt low der mensch und ich weiß nicht wie mein ding das ist gehalten wird wenn ich den abgabe von der wiege der menschheit das ist ein gratis upgrade er kann nicht mehr ja ja schade das wird halt nichts ich sehe aktiv noch nähe sieht nicht so danach aus so ich könnte direkt der bibliothek bauen dann handwerker da hat ein bisschen was ich mir ein handwerker leisten kann mir kaum das bibliothek bauen 8 punkt für die nationen haben neu mein oberhaupt ja kurz verdankt ist der ausgebrochen ja bei mir läuft es nicht so was in neuen runden da elf oder mehr ja 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 hier ist es okay ja 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 das kann sich das werden nein die sterben dann nicht aber am besten die tun gar nichts was mit dir ich scheiße auf die viel gold ich will lieber das essen und die produktion mich interessiert was wird der npc jetzt machen nein der könnte jetzt im miesesten fall jetzt auf mein dings losgehen das ist alter scheiße es geht los geld macht nicht mal geld nicht geht ihm aus dem weg damit er auf den hier los geht geld hat er jetzt gemacht wir müssten langsam das hier machen aber ich will lieber das hier ich könnte jetzt handelszentrum oder handwerken den handwerkerin bräuch unbedingt ich muss weiter da muss ich das hier schnell machen fristen aber der andere ist der da hin abgehauen oder was ich habe ich habe eine wirklichkeit ja ich gewinne super dann habe ich das hier auch der bibliotheker ne lieber ein kornensprecher dann aber hier das handelszentrum oder ich mache den bogen schützen das wäre wahrscheinlich noch die beste option dass ich zurückkehre die deck die können nicht mehr wachsen oder was habe ich es geschafft oder nicht und wieder wir sind jetzt bereit zu entscheiden wir sind im dunklen zeit alter auch freiforschung gewerbt das mal wenn ihr einhörig auslöst plus ein zeit als weg wurde mit grund ertrag errichtet wir sind in so regierungsplatz wäre auch geil aber ich will ein handelszentrum plus zwei plus drei aber warte bevor ich das tue produktion plus zwei produktion für ihn angrenzen wird sich das type handelszentrum ist ja produktkanal plus staudamm eines vor allem ganzen ressourcen plus 1 angrenzende bezirke also handelszentrum in der nähe hat er hat er was ich muss noch ein bisschen regierungsplatz macht auch was ok warte naja zudem hier die braucht mehr leute ja meine ahnung oh fuck direkt neben mir ist direkt ein scheiße natürlich nicht da darf ich hier 1 und habe hier direkt eine linie gemacht zwischen sie sich da ich nicht weit ausbreiten können jetzt muss ich mir noch die luxusgüter sichern scheiß die sich da entlang hier ist kürzer eine stunde im leben ich hätte lieber das mit dem heurika machen sondern das war gleich besser gewesen als was ich da gewählt hat der scheiß flutungen ich krieg die krise 100 coins habe ich nicht ich brauche essen kein scheiß min es ist gleich fertig dann habe ich auch ein alter die haben schon heißen komm an die haben reisen da oben die können aber schon abbauen regierungsplatz mache ich später erst erst wenn ich ding ins habe wenn ich mein handelszentrum hier abschließe ansonsten macht das recht wenig sinn in meinen augen das heißt das ist ja es läuft immer noch recht langsam um ehrlich zu sein und das würde ich auch noch ich hatte meine eigene wo ist die wo kann ich mir die ansehen das wird mies scheiße alter es passt das ist weg ich muss langsam gas geben um ehrlich zu sein das sieht nicht so ganz gut aus unsere hingabe das ist mit dem ich hätte das mit jurika auswählen sollen ist dringend nötig 10 und 10 und Nein. Holy shit. Wir haben Gott sei Dank aufgelevelt. Die machen das Schaden. Und in zwei Runden habe ich meine Dinger, dann geht's ab, Alter. Und dann habe ich genug, um den hier auch noch zu machen. Hm. Ja, den schicke ich erstmal hier rüber. Nichts oder noch nicht genug, um das hier aufzukaufen. Und das werde ich dann auch. Oh nein, 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 nein. Oh, mein Handelszentrum und das andere sind kaputt. Es gibt keine Leichen. Ah, das ist das scheiß Problem, wenn du da in einem Vulkan hast, deine wichtigsten Dinger. Ich fürchte, ich muss melden, dass wir bankrott sind. Es ist unbedingt erforderlich, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um uns von diesen Schulden zu befreien. Dürfte ich vorschlagen, Teile unseres Militärs aufzulösen? Wir haben nur zwei Einheiten. Bist du besoffen oder so? Bist du besoffen oder so? Ich möchte auch ein bleibendes Vermächten. Drei Runden und die Stadt ist wieder ganz, Gott sei Dank. Ich kann ja anfangen, die Dings zu bauen. Ich brauche zwar dringend noch einen Händler. Können wir uns nicht leisten, also machen wir uns zu ihnen. Ich würde gerne die Hansen machen, aber zuerst. Plus 4. Plus 6. Ich dachte, ich mache das hier. Aber ne. Da ist auch noch sicherer hier. Plus 6 und die Mine war eh sinnlos. Und dann könnte ich hier irgendwo dann das spezielle Gebäude da hinpacken. Die klassische Republik, weil das hat mehrerdings Plätze. Ich hoffe, das war es ja. die sind es nicht wert diesen echt beschissen außer dass sie vielleicht aber ich habe bin nicht so krass auf religion leider es ist nicht gut ich muss dazwischen gehen so schnell jetzt keine ahnung und großes werkplätze ich bin auch händler es war sehr schnell ok das ist neu ich werde noch mal ein punkt dann gehe ich auf den hier hat aber kein quest ich würde es dahin gehst und wir gehen jetzt auf das hier weil fürs erste gibt es nicht speziell ist das wir brauchen machen die fahrte warte 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 ich wollte noch den regierungsplatz weil das boost ja nur plus eins aber hey das ist was sieben oder mehr ja das machen wir in sechs runden die sie und bis dahin habe ich dann auch die werkstatt fertiggestellt ab zu wenig geld viel zu wenig geld hier willst du wäre und zwar am besten leicht 30 davon okay was mit dir erforderung abkommen ja hier 30 ja hier pferde pferde kannst du haben eisen wird aber nicht erhöht das irgendein brotlich von eis nina ok ich brauche neue höhere bevölkerung dann kann ich die hansel raushauen kann ich auch das hier machen manchmal dreht sich das 19 7,1 mit was mit der kultur können sich ja noch steigen kann staudern sehr wichtig wenn ich die scheiße hier endlich und da oben ist noch heißen und ich brauche noch einen bauarbeiter dringend was will er sofort eine bibliothek hat bereits eine bibliothek hat bereits zur bibliothek okay lohnt sich nicht der typ okay wenn ich dann eine neue stadt bau ich irgendwo dann habe ich bereits einen der dann den wissenschafts campus direkt in der bibliothek verbessern kann ich habe mich im zuge des militärs er zurückgehalten um ehrlich zu sein nur eingesandt das lohnt sich noch nicht also würde ich gerne aufkaufen und die hier auch ich muss langsam wieder meine pferde los werden ich muss nicht nur hier die hanse bauen zwar auch noch einen hafen das muss hier ordentlich viel weil die nahrung mit verdienen jeden fall so schnell wie möglich so nicht durch das hier wenn ich meine studie hatte war 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 ich kann zwar das machen aber ich kann ich das da nicht platzieren dann hätten alle was davon ja 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 ich könnte zwar das machen aber ich kann ich das da nicht platzieren dann hätten alle was davon halt ist das ein bullshit ich brüchte ein handwerker jetzt gehe ich das hier kostet viel ich kann das nicht kaufen das hier kann ich kaufen ok super ein großer hat Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ne, Hanse. Plus 4, plus 4. Ja, plus 4. Das war auch hier ordentlich. Plus. Ich muss ein Upgrade für die Dinge finden, für mein Wissenschaftsdistrikt und ich muss eine neue Stadt machen, damit ich diesen Typen hier verwenden kann. Das ist wahrscheinlich hier irgendwo, damit ich das ja... Ne, ich mach das direkt an der Küste. Schade, dass ich das Eis nicht mehr bekomme. Ich hab eine Idee. Da ist hier. Ja. Ja. Habt's doch irgendwas. Ab mit dir. So, 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 so. Ne, Wassermühle. Oder ne, warte. Ne, cool ist hier wahrscheinlich was geil ist, aber fast schon. Plus 4, ich muss mehr Händler machen. Mehr Händler. Hier sind Fische, das ist sehr gut. Wie viel kostet so ein Siedler? 440. Ja. Ah. Mir egal, was er sagt. Wenn er ein scheiß Problem hat, dann droppe ich eine New Coffee und dann hat sich die Sache. So, ich sichere den Platz hier irgendwo, mache ich den dann hin. Da hab ich die Fische, das, das und das. Das hier wird wahrscheinlich da wieder. Pferde brauche ich nicht. Ich würde wahrscheinlich hier auf den Pferden und dann platzieren. Händler muss ich mal wieder machen. Ne, ich mache einen Siedler, der andere macht einen zweiten Händler. Nö. Ich habe da 22 und habe ich keinen Bock die zu verlieren. Eure Ruhe halt. Ich kann mir keine beding... Hm. Plus 15 hört sich echt geil an. Und noch ein Händler. Ich muss hier mal langsam einen Stauder machen. Ich muss hier mal langsam einen Stauder machen. Zwei, endlich. Ja, Bibliothek. Das zahlt sich dann auch aus mit meinem, dem hier. Dann habe ich drei Bibliotheken und die bekommen dann einen Wissenschaftsbonus. Alter. Ich schicke den schon mal in die Richtung von denen. Und der bleibt hier für den Siedler. Vielleicht komme ich auch an dich hier ran. Der hier... Der schläft. Der bleibt schlafen. Der geht dann direkt dort an die Fische. Und du machst... Kavalier. Ne, ich will meine Ritter. Hier. Und ich mache eine Werkstatt hier. Die haben schon Schwertkämpfer. Gefällt mir überhaupt gar nicht. Okay. Gib mir eine Sekunde. Händler. Super. Das ist doch so. Ah, ein Feld. Ja, dann weiß ich direkt, was ich mir hole. Das hier. Das Eisenfeld. Mach ich in eine geile Linie. Aber vielleicht sollte ich hier das Luxusgut tun. Egal, erhöht einfach nur die Produktion. Aktion. Ich kann den als mehrfach ein... Ja, gut. Dann als wenn ich Luxusgut. Äh, so die Kombi, die kommt hierher. Das hat nur eine Aktion. Das ist schlecht. So. Hier alles. Handwerker. Mach München mit dir. Du gehst. Hier lang zum Luxusgut. Wir können Schwertkämpfer... Ne, wir machen das hier. Das ist wichtiger. Danach machen wir die Ritter. Können wir jetzt noch die Elefanten holen? Wahnsinn. Es geht weiter. Ich bin gleich hier. Einser. Ich hab noch mehr aus. Tok. Das, was ich von Ihrenden. so schick ich da auch noch ein handwerker hin und dann hat sich die sache so du handwerker ist hierhin macht erst mal den korn speicher verschanzt sich erstmal ja alle machen wunder ganz ehrlich wenn ich die städte dann einnehmen wie juck es gibt keine religionsplätze mehr deswegen kann ich keine mehr gründen ok klärt so ein paar so das mittelalter beginnt ich war doch golden weltkongress ok was ist das neue von diesem spieler gebaute bezirke lösen ein kulturschick aus dass keine ahnung grenzen dieses spielers werden nicht durch die kreis nicht durch kultur politik duplikat das gewählt gehören gewähren annehmlichkeit mich alter haben ja viel mehr abgestimmt angenommen angenommen ok was ist das wort quecksilber super das ist echt geil als es gibt's ja schweiß drauf so ja gehst da hin und du gehst hier hin weil wir das hier brauchen die elefanten und ich mache noch einen siedler den pack ich da nicht hier irgendwo hin keine ahnung welche hier zu den bananen klaus würde ich gern machen komm ich baum monument braucht mehr dinge aber jetzt ist mehr kultur oder ich hätte mehr handwerk handwerker handwerker und du gehst Vielleicht noch mehr Produktion. So. Hier und ihr stellt euch den eigenen Handwerker her. Unwetter. Da also. Ich hab vergessen, dass da einer noch schläft, ne? Es gab in meinem Leben. Das wird massiv sein, dann können die Scheiße nicht vom Vulkan oder so. Kaputt gehen. Oh, wir gehen in die Richtung. Der Zweck der Erziehung. Das hab ich also, ja. Ich weiß, ich wollte die Ritte, ja? Aber... Ich glaub, ich mach das Säge weg. Und danach hier Eisenverarbeitung. Vielleicht Aquaduct, um dein Ding zu pusten. Ja, mal sehen. Hm, du gehst mal dahin. Gehst mit dem. Und du zum Elefanten. Du... Gehst nach München. Was kann ich das nicht machen? Ich bin verwirrt. Oh nie. Oh nie. Wieso? Wieso war ich hier... Ja, doch hier eigentlich schon. Ne, du sollst da hin. Ah, weil da schon Fischerboote sind, ich Idiot. Und dann da hin. Ich könnte jetzt da weiter nach unten gehen. Oder das hier. Oder das hier. Was hab ich hier? Das wär vollkommen sinnlos. Ich muss hier an der Küste entlang gehen. Hier ist eigentlich fast gar nichts. Wenn Kriegsgetöse stinkt. Zack. Neun Reiter. Ab geht's. Ui. Was kannst du? Komm, ich krieg Punkte vor Eureka. Bitte macht's. Für 2 zu viele... Technologieburgen und Latexen. keine ahnung mann uni du mein freund ist hier und du machst du lieben wobei sie halt echt hart nach ruhig aus war wer bin ich schon keine ahnung was ich machen soll mit dem bearbeiter dächer was macht er da gott weiß nur was zurück 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 du gehst hier hin du gehst dahin du chillst erstmal du müsstest brauchen der rauchen hafen er war erst mal campus da auch der macht der elefant allein macht mehr gold als was der mir anbietet zwei machen unis und werden zur selben zeit fertig und der andere macht erst ein dingens damit ich dirk im bibliothek drauf klatschen können und er sucht sich noch ein ziel schon getan oder nicht ich dachte er kann ich nicht so schon dann machen ja mach irgendwas schaffe mit dem herzen baue mit dem hat er fast egal ingenieur ein großer ingenieur ich noch mal wissenschaft und den tl obwohl ich hätte das eigentlich hier machen zu sein aber egal noch ein bezirk kann nicht stören was könnte ich machen der mann der schneit genug eigentlich ein heiligen wird zirka oder sonst hier macht dann da eine stadt so hast du den durch erkunden so ich 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 hallo meine maus reagiert nicht mehr so jetzt hat das spiel hat gelegt nein 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 bitte nicht ich habe das spiel nicht gespeichert meine fresse das spiel ist gecrasht und ich habe es nicht gespeichert ja ja wir überlassen es hierbei dann schau